Musik Hallo Leute, weiter geht's beim ersten Bifuji Turnier in Großostal. In der roten Ecke für Puklis Bruchsal Masuedi Seddiki und für die TG Darmstadt in der blauen Ecke Obaid Efat. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert unseren Kanal. Euer Team von Partner der Vereine. Kommen, boy! Kommen, boy! Kommen! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.